Glück drauf, ich geh da nach links wieder. Ey, die W oder die Q? Die W jetzt, skilln. Nee. Malphite im Jungle. Man merkt richtig, wie jetzt nicht... Lor, ich krieg kaum Schaden. Lor, ich krieg keinen Schaden! Gerade hab ich keinen Schaden bekommen. Schwöre. Ich weiß, dass du dein Schild grad ausgenügt. Hä? Der Schaden kommt verspätet. What the fuck? Ein weiter Tilo, du. Woaau. Ah lol. Er macht ein Level-2-Gang in der Mitte. Ich kann kurz... Das ist haltlich Sinn. Oh Gott. Können wir direkt zwölnern, oder? Alter Schwede. Leute. Malphite carried. Schwöre. Aaaaah. Aaaaah. Da kam der Gang... Ich will die Scheiß-Lulu jetzt. Auf Top-Lane. Die 7 bitte, Mann. Können wir ihn töten? Ja, kannst versuchen. Ne, krieg ich nicht alleine, oder? Ich werd da gewesen. Bist du da? Ja, hol die, hol die, hol die, hol die. Ich hab's Might. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Vor Dorans Blades. Leuk, hast du vier Stück Lucien? Lu... Ne, Tristana, was machst du? Echt jetzt? Warum vier? Weil die Lulu boosted ist und zu blöd ist, mir hilft noch, dort hinzugehen. Deswegen musst du hier zu Ver-Sustain gehen. Boah. Einen für einen Ulti reicht's. Auf Luschen, oder? Komm. Er hat geheilt. Er stirbt. Er stirbt nicht! Ah lol, doch! Oh Gott, ich bin wieder hergeflasht. Alles klar. Hashtag boosted move grad, sorry, ne? Jetzt hab ich Ult. Weiß nicht, wollen wir was starten? Oh lol. Ah, ich krieg sie, oder? Ne, doch, Kuh. Ich meine, Kuh, ich meine, Kuh. Woah. Woah. Ja. Nice. Ich wusste nicht, ob ich reinulten sollte in alle drei. Oh, so wenig, Mann. Fünf vor vier. W-Wen soll ich jetzt töten, ey? Ich weiß es doch nicht. Weil die Botline und töte die beide Flash-Ulti. Ult. Gön. Immerhin die beiden bekommen. Ach, der Lee hatte 10 HP. Ja, das ist klar, wer ich mal da... Ich weiß, aber ich wollte halt Botline helfen, weil ich wusste nicht, dass du ihn fightest, Mann. Ich... Ach, Gott. Ich war jetzt jetzt hergerissen, so. Die helfen, aber Botline braucht halt auch... Das Problem ist, die Lule ist so geschissen und geht einfach nur rein. Botline hat auch Hilfe gebraucht, so. Das war gerade das Problem. Das ist mein Problem, was ich gerade finde, oder? Pfff. Tss. Oh, natürlich. Skirp, Junge, Alter. Die machen wir auch noch weg. Weggemorscht. Oh, Leute. Zack. Achso. Was denn? Du hast doch bekommen, oder? Ja, hab ich. Alles cool. Ey, Mitte, Mitte, Mitte. Ich hab... Ich hab keine Ult. Ich hab keine Ulti. Den Lucien? Oder auf den Tarek. Auf Lucien eigentlich, ne? Ja. Ach, getroffen. Ich hab leider keine Ulti. Ich smite ihn. Ich hab Ult. 8 Sekunden. 8 Sekunden. Können wir hinkriegen? Den kriegen wir so. Den machen wir jetzt auch noch. Komm, den machen wir auch noch. Muss ich ulten? Ne, muss ich nicht. Alles klar. Harry, Mann. Wir sind Dream Team, Alter. Die carry'n hier alles. 7-0. Malfight, Leute. Legt euch nicht mit nem Stark. Der Stein macht euch fertig. Alter. Warum ist Malfight? Ich hab mich verklickt. Egal. Ich nehm das Gold an. Ich habe das Gold angenommen. Ich habe das Gold angenommen. Scheiße. Du hast es gesehen, oder? Ja. B-b-b-b-bist du mir jetzt böse? Oh Gott. Ich hab Malfight Smurf. Loil. Alles klar. Ich bin Smurf, Mann. Yo. Ist so, Alter. Ich smurf richtig. Ich smurf richtig rein. Olle. Oh, loil. Ich bin tot. Ich geh raus. Tschüss, Jungs. Haut einmal ab. Ja, ich bin tot, oder? Lee, wo bist du? Wo ist der Lee? Fuck, 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 fuck. Lauf! Oh. Lauf! 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 Da hin! Da hin! Da hin! Ja, er ist fertig Ult gebraucht. Das stimmt. Mein erster Tod, Mann. Leute. Fuck. Hallo, du nur hat 6. Lol. Ich stehe 7-1 mit nem Stein. Mit nem fucking Stein, alter Leute. Was ist los? Zwei. Komm herrn jetzt, Junge. Ich geb dir Keule. Zack. Zack. Dich nehm ich auch noch. Oder auch nicht. Kriegen wir den? Ich hab Flash. Sag ich flashen? Na gut. Lass das, lass das, lass das. Egal, ich mach in mein Grump. Du bist nicht das Kilo. Ich mach in mein Grump, alter. Schuss. Hashtag Carried by Malfight, alter. Oh lol. Syndra? Nein! Ich hab's erwischt. Ey, auch. Tauke ist mit dabei dabei. Sin ist da, dort auch. Und der Sin geht full damage, kann das? Ne, ich hab keine Ulti. Aber sie hat Ulti. Aber sie hat Ulti. 16 Sekunden Ulti. Leute. Guts. Du tankst, du tankst, du tankst. Ach gut. Ist ihm halt egal. Du tankst halt jetzt immer noch grade. Oh Gott. Ich hab mal die größte Lüge in dieses Geschiss kommt, um die Scherz zu gehen. Oh lol. Kann ich ihn töten? Hätt ich ihn töten können, ja. Ah. 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 Rein jetzt, Jungs. Gib Klatsche. Guts. Ich tank, komm. Mach den Tower weg. Oder ich geh einfach raus. Ne, wir gehen raus, wir gehen raus, 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 raus. Oder tank ich? Weiß nicht. Soll ich? Ne. Nein, 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 nein. Ich mach mal. O.M.G. Noob. No fair play. Alter, wie ich die grad weggemoscht hab, ne? Ey, lol. Der ist Sinn? Machen wir den? Komm, die machen wir zusammen. Abfahrt. Ha. Weggemoscht den, Jungen. Ich tank Tower, Leute. Nicht mehr lange, nicht mehr lange. Ich hab kein... Oh, nein. Mach sie tot. Oh, kriegst du sie? Loil, was war das grad für Outfit-Tech-Results? Alter, wir voll gesehen. Oh, schau. Oh, schau. Oh, schau, schau. Oh, schau, schau. Oh, schau, schau. Hundewitz. Genauso kann man das... Genauso kann man das betreiben. Oh, schau, schau. Alter. Ich hab halt aus Outfit und S gedrückt gleichzeitig. So, Leute. Und jetzt baue ich Ludens Echo. Oder? Doch. Oder? Nee, oder? Sonja? Nee, komm. Ich brauche Damage. Ich brauche Damage. Hey, der macht 3... Hey, der macht Drache, der Typ. Der ist cool. Da wird mein Titel in den Weg gesessen. Okay. Oder wollen wir halt dann einfokussen, eventuell? Alles klar. Alles klar. Alles klar. Lol, du hast sie weggestoßen. Nee, wohl. Die hatten wir gleich. Die hatten wir gleich. Alles klar. Oh, fuck. Fuck. Ich hab keinen Mana, ne? Ich hab keinen Mana. Ich bin gleich tot. Alles klar. Kriegen wir die noch? Nein, die ist dann. Ich hab keinen Mana. Nein! Soll die fährst du klein. Oh, doch gut. Ich hab keinen Mana. Ich mach Outfit, Jax. Junge. Fick dich. Die töte dich. Boots. Was? Was? Die töte dich. Ich hatte keinen Mana für Scheibe. Der Flash, kill. Der Flash, kill. Ich hatte keinen Mana. Für Scheibe. Alter. Der Real, Alter. Der Typ, der stirbt. Tschüss. Tschüss. Ach so. Ja, ich hab keinen Mana zum Fuschen. Du hast nen Sandfall. Ah ja, stimmt. Wir klicken da jetzt grad auf der Plane. War das Wrath? Nee, doch. Tristan und ich haben überlebt. Wir haben die ziemlich geacet. Also so halb. Ich geh mal back kurz. Sicht. Ey, die können wir catchen. Komm ran, Mädel. Bleib stehen, Alter. Du musst dich weg. Oh Gott, ich bin tot. Der Lee Sin hat gut... Das war irgendwie gut von denen. Egal, wir können weiter... Nee, wir können nicht weitermachen. Die haben nicht bekommen, ne? Scheiße. Das hat der Lee Sin gut gemacht. Nee, der Lee Sin hat, glaub ich, über die Mauer geweht. Glaub ich. Boots. Zack. Zack. Eigentlich hab ich auf den Luschen, Leute. Luschen. Bleib stehen, Junge. Da kommt die Scheibe ins Gesicht. Junge, du kommst eh nicht weg. Ich geb dir Keule. Zack. Zack. Was wollen wir gegen Malfi tun, Alter? Ich bin Stein. Nee, nee, jetzt mal. Ehrlich, Dragon Egg. Muss ich Frozen Hard bauen oder... 40 Sekunden und so. Geh weg, Syndra. Einfach nur weg. Einfach nur weg. Der tötet dich sonst. Alles klar. Jetzt kannst du reingehen. Was willst du? Ich geb dir Keule. Smite dich sogar. Komm mal da, zack. Gib dir... Oh nein, wir müssen weg. Kommst du raus. Einfach nur raus. Ich komm raus. Renn einfach. Renn. Alles klar. Mä, mä. Können wir Turnarounden? Oh, weitermachen. Oder? Ich hab aber keine Ulti. Egal. Auf Syndra. Auf Syndra. Boots. Ich hab für 5 Sekunden Flash. Ich hab für 5 Sekunden Flash. Wann machen wir weiter? Wir machen weiter. Alles klar. Oh Gott. Ich hab keinen Mana, ne? Nein. Oh, oh Gott. Oh, du scheiß Drache. Fucking Sunfires. Dankeschön. 10 Sekunden. Oh, jetzt hab ich Ulti, Mann. Ist das ärgerlich. Jetzt hab ich Ulti. Oh, Mann. Hätte ich ein bisschen früher abhaben können. Ich will den Luschen haben. Ich will den Luschen haben, eigentlich. Okay, wir engage dann auf Tarek. Alles klar. Bam. Tut ihn doch. Kommst du weg? Lulu. Ja, das mein ich. Das macht die ganze Zeit schon ein. Alles klar. Wer ist da grad geflasht? Hier ist ein Lee Sin. Oh, nehm ich die Dinger. Alles klar. Meine. Hallo. Gut. Egal, wir pushen Toplane Tower jetzt weg. Hoffentlich. Alles klar. Alles klar. Wir haben halt Baron Buff. Jetzt wird richtig eklig. Oh Gott. Diana ist rausgedingst. Scheiße. Fuck, ich brauch nen Blue Buff. Ja, der ist hier. Komm, perfekt. Die Sin ist da. Oh Gott, der wird springen. Der springt, oder? Was hat der vor? Okay. Okay. War ja. Alles klar. Haben wir weggemoscht. Wie auch immer. Wie immer die jetzt weggemoscht haben. Wir haben sie weggemoscht. Jetzt komm. Aargh. Alles klar. Jetzt, ich push den, komm, Trissana, oder auch nicht, achso, ja gut, dann jetzt Tower, Jetzt kannst du den, ja. Den hier, den hier, oder komm, wir enden, wir enden direkt, wir enden. Das ist Tower-Schaden, ist gar nix, lass leider das Metz enden vor dir, stand around, Carried by Meld, würd ich sagen, Leute. Carried by Meld, halt. Easy peasy lemon squee, so, äh, tschüss. Video内容. Untertitelung des ZDF, 2020